Welche Nummern assoziierst du mit einem Star Wars Film? Ich habe keinen Star Wars Film. Läuft die Kamera schon? Ja. Du bist schon wahnsinnig kalt. Mother Vlog Take One Star Wars. Willkommen zurück zu dem Monday Vlog von Visuals. Ciao zusammen. Ja, Yannick, um was geht es in diesem schönen Moment? Heute geht es um die riesengrosse Maivocan. Riesegross. Es ist wirklich nicht so gross, aber ich glaube Kevin, du weisst ein bisschen mehr. Ja, mit diesem Gerätchen hier mit dieser Kamera. Unter einer App könnt ihr direkt live gehen. Mehr braucht ihr nicht dazu. Und zwar auf mehr als allen Plattformen. Facebook, YouTube, Twitch, Insta. Alles, was man live gehen kann. Genau. Und das Schöne ist, das Ganze kommt relativ kompakt daher. Es hat hier eine Linsen, kann Full HD Filmen. Darunter ist das Mikrofon. Dahinten gibt es natürlich den Anschluss. Und ihr habt sogar noch einen SD-Karten-Slot, um direkt zu recorden. Was will man eigentlich noch mehr? Man kann sie sogar noch sinken mit anderen Kameras. Genau. Und per App könnt ihr es ja noch steuern. Und eben sinken, dass ihr mit mehreren Kameras parallel aufnehmen könnt. Und das Ganze eigentlich wie eine kleine Live-Show macht. Aber Kevin, warte mal. Das klingt ja mega luxuriös. Was kostet das denn? Das ist nicht so schlimm. 358 Franken inklusive Mehrwertsteuer. Finde ich voll okay. Kommt das Ganze daher. Nice finished. Hat sogar einen magnetischen Sockel. Ich glaube, das ist so ein All-In für ein super Paket, oder? Finde ich cool. Habt ihr Lust, live zu gehen? Dann ist die Memo sicher die Lösung für euch. Und in dem Sinne kommen wir eigentlich schon bis nächsten Montag. Bis nächsten Montag. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.